Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda The Windbreaker HD. Wieso haben wir da... Warte mal. Was ist mit dieser... Was ist damit los? Was ist... Achso, weil wir... Ah, weil wir dieses rote Elixier haben, wir jetzt eine Flasche. Aber kann ich Sachen... Das könnt ihr mir sagen, wenn ihr möchtet. Kann ich Sachen ablegen? Irgendwie? Sodass ich die nicht mehr auf dieser Leiste habe? Ich wüsste jetzt nicht wie. Aber wenn ihr wisst, ob das geht und wie das geht, dann schreibt es mir gerne. Das wäre cool zu wissen. Dieses Geräusch hier draußen schon wieder. Es macht mich wahnsinnig. Link ist viel zu mutig. Okay, wir brauchen einen Schlüssel und den hast bestimmt du... Ihr seid das tatsächlich. Erstmal schlagen und dann den Schlüssel nehmen. Gib mir eine goldene Feder, du! Oder gib mir... Oh. Ja gut, das war's dann. Auf mit der Tür! Ah ja. Ah ja, ah ja. Okay, ich sehe schon mal... Da ist eine Kiste. Wir müssen wahrscheinlich... ein Feuer mitnehmen. Machen wir das mal flup. So, wohin mit dem guten Feuerchen? Oh Gott. Ah! Ah! Ah, please help me! Help me! Okay, wir haben überlebt. Wie wir das überlegt haben, ist eine andere Sache. Ich habe... Ich... Ich habe keine Angst gehabt. Nein. Ihr habt Angst gehabt. So, da ist eine Kiste wieder. Ich mag Kisten. Mögt ihr auch Kisten? Kisten sind toll. Und noch ein Glücks-Amulett. Wie viele haben wir denn? Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf... Ja. Ah, jetzt haben wir drei oder vier Stück davon. Kann man die benutzen? Das ist eine doofe Frage, ne? Achso, ähm. Damit kann man aber irgendwas machen. Oh. Wir sind gespannt, was... Irgendwann wird uns sich das auch erschließen. Was wir damit tun können? Aber erst mal geht es weiter. Weg mit den Flammen der Hölle. Oh, schön. Wir sind jetzt hier oben... Ah! Wir müssen den Stein kaputt machen. Okay, wir schaffen das. Ah! Ja. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir da hoch, ne? Oh. Will ich das? Da vorne ist eine Tür. Wir gehen... Wir machen das jetzt, okay? Wir machen das jetzt. Einfach so. Was? Ich dachte, ich werde rausgeschleudert. Ach, nee. Echt jetzt? Ach, guck mal. Warum auch immer. Warum auch immer. Wieso kann ich das? Wieso gibt es diese Abkürzung? Kann ich da jetzt wieder rein und... Ja, okay. Okay. Fragt mich nicht, warum. Ist es so. Gut. Dann schnell rüber mit dir. Er guckt als da nach links, ne? Zu dem Ding. Ah. Okay. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Noch sagt mir das alles nicht so viel. Wenigstens sind hier oben keine Fledermäuse. Das ist schön. Wir gehen direkt wieder irgendwo rein. Oh, oh. Oh, no. Gegner-Time. Ah! Hab dich voll weggekrittet. Oh, hi. Was zur Hölle? Wieso warst du da drin? Hast du ein geheimes Nickerchen gemacht? Ein verbotenes? Vielleicht hat er das. Upsala. So, wir müssen wahrscheinlich alle besiegen. Damit die Tür hinter uns wieder aufgeht. Aha. Hab ich dich gefunden. Das waren alle. Das waren alle. Okay, wir kommen jetzt da hoch. Wir brauchen aber auch noch mal Feuer. Dann kommt da eine Kiste hin, ne? Oh ja. Erst mal alles wieder zerstören. Sonst sehe ich hier nichts. Ich sehe nur was, wenn hier alles kaputt ist. So, dann einmal her mit dir. Oh, ich mag das. Ich mag das wirklich gerne. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich hatte erst Angst, dass ich zu dumm bin für Wind Waker. Aber noch. Das ist doch ganz in Ordnung. Aber mein Partner hat mir schon gesagt. Also, er hat mich nicht gespoilert. Aber er meint, da gibt es so ein paar Stellen, an die er sich erinnert. Die könnten mir Probleme machen. Gucken wir mal. Ich habe es eh nicht so mit Zelda und Nintendo-Bossen. Ne? Gucken wir mal. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Öffnest du sie im Kartenbildschirm. Leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Folge der Karte und nähere dich mit dem Boot deinem Zielpunkt. Ach, das ist eine Bootskarte. Das sehen wir jetzt hier nicht, ne? Wir können aber auch nie. Aber warte, 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 warte. Was ist das? Was ist das? Wir sind hier. Da geht's in die zwei. Da geht's wieder runter. What is this? Geht's da dann in... Oh, ja. Ja, ja. Ich verstehe. Natürlich. Voll easy. Kaputt! Kaputt! Oh, da ist richtig viel Zeug für uns. Oh, noch eins. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt fünf. Also für irgendwas brauchen wir die mal. Gucken wir mal. So, wir haben... Okay, okay. Oh Gott. Da wartet doch was. Ich seh das. Ups. Okay. Ich versteh's noch nicht. Muss ich den mit Wasser abwerfen vielleicht? Oh, ich bin aber auch... Was mache ich denn? Warte. Noch gar nicht wartet. Verständnis. Ich habe gerade Unverständnis. Wir müssen da auf jeden Fall drauf. Oh, mein Gott, please. Geh hoch! Geh hoch! Ah! Okay. Wir haben es geschafft. Schnell weiter. Schnell weiter. Das nimmt uns keiner weg. Oh, je. Oh, die schönsten Geräusche im ganzen Spiel, ne? Oh, das riecht ASMR für mich. So, wir haben hier ein Bömbli und das nehmen wir mit und schmeißen es hierher. Okay, hier haben wir eine Tür. Können wir dich kaputt machen, Steini? Bestimmt. Du gehst auch kaputt. Äh. Okay. Da kommen wir aber bestimmt einfach noch nicht hin, ne? Wir gehen erst mal da lang, bevor ich gucke, wo es in die andere Richtung hingeht. Wir sind richtig, ne? Oh, ja. Oh, der ist wütend. Okay, warte, 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 warte. Ich würde doch gerne nochmal gucken. Oh, warte. Ich habe da gerade was gesehen beim Reingehen. Guck mal da oben. Bekommen wir vielleicht irgendwas? 100% bekommen wir da irgendwas. Okay. I see. So, geht es da irgendwo hin? Es geht immer in denselben Raum. Ah! Es geht immer in denselben Raum. Ich weiß nicht ganz, warum. Oh, nein. Ich will aber gern zu gelb zurück. Kann ich zu gelb zurück? Ich hätte nicht reingehen sollen, oder? Oh, mein Gott, ja. Okay, wir sind wieder da. Oh, ich hatte gerade kurz echt Angst. Wir gehen. Wir sind auf einem guten Weg. Okay, also. Wir sind jetzt hier. Oh, ja. Oder, oh, nein. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne ganz Schreckliches. Schnellling. Oh. Oh. Da, da ist sie. Sie wurde gar nicht zu der Bastion gebracht. Sie ist hier. Da, guck. Oh, die Geräusche, ne? Ich schließe. Oh, okay. Oh. Ihr könnt mir gar nichts. Geht's? Oh. Oh, no. Hi. Ja, lass ihn mal fallen. Oh, ja. Nimm die, nimm die Waffe. Nein. Nimm die Waffe. Au. Boah, der hat aber ganz schön was drauf, ne? Ah, ah. Ist er weg? Oh, Gott. Oh, so eine Kugel finde ich. Ja. Wir haben sie gerettet. Äh, wir gehen heute. Ach, da. Oh, da haben wir was anderes bekommen. Ein anderes Kettchen. Was bist du? Du hast eine Totenkopfkette gefunden. Sie wird in der Beutetasche aufbewahrt. Die Kette erscheint auf den ersten Blick ziemlich geschmacklos und ohne großen Wert. Aber sicherlich finden sich in Sammlerkreisen auch Liebhaber. Ah, ja. Ah, ja. Warte kurz, Meduli. Ich bin gleich da für dich. Steht sie da und sieht erst mal, wie ich hier rumwüte. Erst mal alle Krüge zerstöre. Ja, ja. Aber das ist wichtig. Hi, ich hab dich gerettet. Link, bist du gekommen, um mich zu retten? Ich danke dir vielmals. Es ist wirklich schrecklich. Irgendjemand scheint sich einen bösen Streich mit dem Schweif des ehrenwerten Walou zu erlauben. Deswegen ist er so furchtbar verärgert. Der Schweif des ehrenwerten Walou hängt in den Raum genau unter uns. Dort unten muss also irgendjemand oder irgendetwas sein. Bestimmt haben die Monster, die mich vorhin entführt haben, etwas damit zu tun. Bitte, du musst schnell etwas unternehmen. Ich werde inzwischen die anderen über diese Umstände aufklären. Link, bitte nimm das hier und benutze es, um von hier wegzukommen. Dessen habe ich mich immer bedient, bevor ich zum ersten Mal hierher kam. Es war ein weit verbreitetes Werkzeug beim Volk der Orni, bevor wir alle Flügel bekamen. Ja, ich habe mir da schon was gedacht. Du hast den Greifhaken erhalten. Ein Gegenstand, der beim Volk der Orni noch aus jener Zeit stammt, zu der sie noch keine Flügel hatten. Wenn du ihn auf dem Boot benutzt, kannst du ihm mehr verborgene Schätze heben. An Stellen, an denen er sich festgreifen kann, erscheint... Okay. Link, hier entlang! Ja, wir müssen in den Raum jetzt nochmal unter uns, ne? Nein, Deku. Meine Katze ist gerade hier und sagt euch ein Hallöchen. Und er drückt mich. Och ja. Wenn du den Greifhaken an diese Stange schießt, kannst du dich nach drüben schwingen und gelangst von hier weg. Ziehe auf die Stange und feuere den Haken ab, wenn sich die Markierung in... Okay. Geh, Link, geh und mach dir keine Sorgen um mich. Okay, wir müssen erst ausrüsten. Wir müssen erst... Achtung. Es tut mir leid, meine Katze will gerade schmusen. Und sie drückt ihren Kopf gegen alles hier. Ein bisschen anstrengend manchmal. Wir packen das jetzt mal auf Y, oder? Oh, Achtung, Achtung. Och, Kätzchen, please. Ich tue Dinge. So jetzt, ja? Nein. Hä? Ich hab ne ganz andere Taste gedrückt. Warte, was muss ich drücken? Nee. Ich schaff das, ich schaff das. Glaub mir das. Jetzt. Jetzt. Okay, warte, wir schaukeln. Oh! Okay. Das ist ja süß. Upsala. Oh, das macht Spaß. Ja! Sehr gut. Wo sind wir jetzt? Oh! Ah, wie sind wir da hier? So, das heißt, wir gehen natürlich erst mal da hin, oder? Denk ich mal. Ich denke mal, dass da hinten ist dann der Weg für uns nach unten weg. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Du kannst mir nix. Oh, wir brauchen einen Schlüssel. Was war das denn jetzt? Da ist eine Kiste. Nimm, mach, runter. Nimm die Kiste. Ist da ein Schlüssel drin? Nein, ein gelber Rubin. Mist. Da ist noch eine Kiste. Öffne, öffne die. Link, öffne die Kiste. Ist da ein Schlüssel drin? Ein Ritterwappen. Jeder Schwertkämpfer, dessen Fähigkeiten ein meisterliches Niveau erreicht haben, weiß seinen Wert zu schätzen. Okay, keine Ahnung. Und noch so ein Ding. Oh. Wie mache ich das? Na, komm her. Wie, weiß nicht? Au. Was mache ich mit dir? Da, da. Das war meine Chance. Oh, runter. Der muss sich so aufstellen, ne? Au, ja. Sehr gut. Und, ach, schön, Herz. Aber wo ist mein Schlüssel? Wir haben keinen Schlüssel gerade, richtig? Nein. Okay, da müssen wir erstmal wieder zurück, ne? Sonst sehe ich hier nichts, was ich machen kann. Da müssen wir vielleicht doch erstmal an den anderen Haken runter. Gucken wir mal. Ups, Salah. Ich überlege gerade, wo noch Haken gewesen sein könnten. War oben? Bei diesem Gedöns, ne? Da ging es ja noch weiter hoch. Ihr wisst genau, was ich meine. Bestimmt wisst ihr das. Ich will als Bewegungssteuerung benutzen dafür, aber es geht nicht. Keine Bewegungssteuerung für mich. Oh, das ist ganz schön... ... ... ... ... ... Fall. Oh Gott. Hoch. Ah! Ich hab reagiert. Und da ist er auch weg. Oh Mann, ey. Aha, wir müssen nach unten. Gucke mal an. Wir müssen nach da unten. Schaffen wir das denn? Krieg ich das hin? Wir müssen, müssen wir hier... Ah! Ich bin aber auch schon wieder... Okay. Wir müssen da nach unten. Ah. Ja. Ah! Ich... Mann! Please! Please! Jetzt mach hier! Oh, oh, oh! Ich muss das doch darunter erschaffen, oder Leute? Macht doch das Seil kaputt einfach, Link! Ja. Sehr gut. Okay, wir sind unten. Nimm die Kiste. Oh, noch ein Glücks-Avulett. Das ist aber toll. Als wüsste ich was damit anzufangen. Nee, hier ist nix. Okay, wo sind wir jetzt? Ja, wir sind hier. Okay. Aber was bringt uns das? Wir müssen hier auch wieder die Seile kaputt machen. Würde ich jetzt behaupten einfach. Vielleicht müssen wir uns im Kreis drehen. Vielleicht müssen wir diesen tollen... Guck mal, da ist so ein Wirbel abgebildet. Wartet. Ich will erst, dass das weg ist. Halt mal still. Okay, das war richtig. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh, holy. Oh. Okay. Wir sind richtig. Das wird auch. So, wo sind wir jetzt? Ah, ja. Ich hab keine Ahnung. Aber wir gehen... Nee, gehen wir nicht. Ah, ja. Hä? Hä? Ach so. Geht das? Was mach ich denn da? Es ist der falsche Knopf. Kann ich das benutzen? Ja. Okay. Oh mein Gott. Was? Ach, okay. Okay, Essie. Kann ich mich wieder... Ah! Kann ich mich umdrehen? Kann ich mich... Oh mein Gott. Ah! Geht weg. Geht weg. Geht doch weg. Please go away. Okay. Auf, auf, auf. Bewegung. Gut. Mir geht's wunderbar. Ich weiß nicht, wie's euch geht. So, da ist nix richtig. Sehe ich das richtig? Da ist nix. Aber hier ist was. Sind wir da nicht hergekommen? Oder sieht es nur so aus? Sieht nur so aus, ne? So. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und... Flop! Oh! Vorwärts. Nächste Tür. Uiuiui. Oh. Oh, hier ist doch ein Boss. Yeah, yeah. I knew it. Okay, nochmal. Wir müssen nochmal... Zweimal! Oder auch nicht. Kann ich dich jetzt nehmen? Nee, aufheben. Nein, 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 nein. Au. Okay, wartet. Oh. Geh doch nicht einfach weg. So, okay. Jetzt rollst du dich wieder. Jetzt gehen wir hier hin. Das geht weg. Wir legen dich ab. Gehen. Oh Gott, geh an die Kist. Link! Okay. Mach die Kist auf. So. Uh, du hast den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht dir, das versteckte Zwächter zu betreten. Rufe den Kartenbildschirm auf, finde ihn und mach ihm den Chaos. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Hier geht's auch sonst nichts weiter, ne? Jetzt muss ich nur den Weg wieder zurückfinden. Das ist jetzt hier wieder so ein Ding für mich. Oh Gott. Das ist schwierig. Wege. Orientierung. So. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. Warum seid ihr jetzt hier? Gehen sie. Sie haben ja gar nichts zu suchen. So, dann drehen wir uns. Ja, ja. Wir drehen uns. Nein, nein. Andere. Falsch. So. Oh. Äh? Das war ein bisschen zu doll geschwungen. Kann das sein? Okay. Okay. Ja, ja. Das. Ach, wie schön. Mein Talent hier. Das Beste, was ihr jemals gesehen habt. Gib mir das Herz. Und den Rubin. So. Ich versuche mal nicht zu schwingen, während ich drehe. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Okay, jetzt schwingen wir. Das funktioniert nicht. Kann ich höher? Kann ich klettern? Verstehe ich gerade nicht. Verstehe ich gerade nicht. Kann ich... Kann ich an dem Seil irgendwie hochklettern? Bin ich doof? Wieso komme ich schon da jetzt nicht rüber? Nein, das war wieder das falsche Knöpchen. Wieso schaffe ich das nicht? Warte mal. Wenn ich jetzt hier hänge... Kann ich einfach hängen? Ich kann aber nicht... Nee, ich kann nicht hochklettern, ne? Schwierige Geschichte gerade. So, nochmal hierher. Noch ein Herz mitnehmen. Nee, da stoße ich an. Kann ich hier so? Warte mal. Wir versuchen es mal quer. Okay, quer geht. Quer geht. Alles cool. Wir sind drüben. So. Ach stimmt, wir können jetzt in den Topf. Deswegen ist der hier. Der gute, gute Topf. Ups, das war auch schon wieder die falsche Taste, Leute. Ah! Warte doch. Uff. Wieso hängen da Steine in der Luft? Oh mein Gott. Kann ich mich hier irgendwie... Ah! Kann ich... Kann ich da... Warte mal. Ich glaube, das klappt nicht, oder? Das ist viel zu weit. Wir gehen mal da runter. So, wir müssen jetzt hier wieder lang, ne? So. Dann müssen wir warten, bis er uns hochschickt. Und dann da wieder raus. So. Dann sind wir schon mal hier. Kommen wir hier überhaupt irgendwie nach oben? Ja, kommen wir. Wenn wir das jetzt mal schaffen. Aber das sieht doch einfach gemacht aus. Wir warten jetzt einmal. Und lassen wir uns nach oben schicken. Ich hoffe, das hält so lang. Halte so lange, bitte. Okay, wir sind hier. Wir sind da, wo wir reingekommen sind. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder raus. Sehr gut. Okay. Wir kommen auch so an unser Ziel. Hoffe ich. Wenn wir uns jetzt hier lang schwingen. Puh. Okay. Ja. Okay. Und rüber. Sehr gut. Wunderbar. Das Ding ist da auch wieder. Ist ja unschön. Aber. Da müssen wir hin mit unserem Schlüsselchen. Ich würde aber sagen. Das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Da gucken wir mal, was da am Schwanz von dem guten Drachen am Rumwerkeln ist. Und warum ihn das so aufregt. Ich danke euch allen fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüssi. Tschüssi.